Also ich glaube, man muss zum Leben eine gewisse Einstellung haben, dass man einfach glücklich sein will im Leben, dass man mit Zuversicht durchs Leben geht und ich glaube, das Leben lehrt einem viele Sachen und dass man einfach Mut hat und Mut auf neue Aufgaben, Mut sich dem Leben zu stellen und ich glaube, dass es jeder für sich mitnehmen könnte. Also ich glaube, Vielfalt im Profifußball, wir haben ein ganz anderes Leben als einen normalen Arbeitsrhythmus. Ich glaube, von Montag bis Sonntag ist bei uns, kann man nicht normal planen, ist mit viel Vielfalt verbunden. Wir müssen zum Beispiel am Wochenende arbeiten, die anderen haben am Wochenende frei und ich glaube, bei uns, egal wo man hinguckt, im Training, auch neben dem Platz, ist bei uns viel Vielfalt geboten. Also ein Grundbaustein in meiner Karriere war definitiv meine Familie, meine Eltern, Mama, Papa, meine Schwester, auch drum herum, meine ganze Familie, wie sie mich gefordert hat, wie sie mich unterstützt hat und ich glaube, deswegen bin ich heute hier und darf den Traum als Profifußballer leben. sie haben mich eigentlich immer positiv unterstützt, haben mir vermittelt, immer an mich zu glauben und ich glaube, das war ein großer Bestandteil. Ja, also meine Werte ist, wie ich vorher schon gesagt habe, glücklich zu sein, dass man einfach jeden Tag aufs Neue alles versucht zu erreichen. Ich glaube, ich bin noch sehr jung in dem Geschäft und habe noch viel zu erreichen und mir auch viel vorgenommen. Und ja, wie gesagt, dass man einfach Mut hat, viele neue und schwere Aufgaben anzunehmen und ich weiß, dass jetzt auch in der Zeit schwere Zeiten sind und dass man einfach sich sagt, okay, ich kann trotzdem positiv daraus ziehen. Ich glaube, bei mir ist die Liebe zum Sport, die Liebe zum Fußball. Ich glaube, für mich gibt es nichts Größeres, am Wochenende auf dem Platz zu stehen. Ja, gerade ist schwer durch Corona ohne die Fans, aber trotzdem ist es unser Job, Leistung zu bringen und ja, ich glaube, mich verbindet viel mit Fußball und bin einfach glücklich, dass wir gerade spielen dürfen. Jetztusabert散gierung W81 Chinese 연